Hans-Peter Reiner, Sie sind CEO von der Klarnerkantonalbank. Sie haben in den letzten Monaten mit dem Hyppomat und dem Kontomat zwei Online-Produkte lanciert. Wieso setzt gerade die Klarnerkantonalbank auf die Online-Strategie? Wir sind eine kleine, agile und eben auch innovative Bank. Wir haben in den letzten Jahren unsere Prozesse automatisiert und durchgestrahlt. Dadurch sind wir überhaupt in die Lage gekommen, an solche Produkte zu denken. Und dadurch haben wir den Online-Kanal als zusätzlichen neuen Vertriebskanal strategisch aufgebaut. Die Kantonalbank hat ja nicht unbedingt den Ruf, innovativ zu sein. Ihr seid jetzt aber innovativ. Wollen wir euch quasi ein bisschen von ETA herabheben? Ja, das wollen wir. Wir wollen uns differenzieren. Uns geht es darum, dass wir unsere kleine Ebenen ausnutzen können und dass wir eine Nische besetzen können. Und wir können erfolgreich zusätzliche Geschäfte generieren. Sind weitere Produkte plant im Online-Bereich? Ja, eindeutig. Wie gesagt, es ist eine langfristig ausgerichtete Strategie, die wir verfolgen. Und darum werden wir da weitere Produkte bringen. Wir haben auch bereits eine Dachmarke gemacht. GLKB Direkt hat den Vorteil für den Kunden, dass er, egal wie viele Produkte er nutzt, nur einmal sich einloggen. Ist in dem Fall die kleine Kantonalbank auf dem Sprung zu einer Online-Bank? Ja, Online-Bank ist immer die Frage, was man darunter versteht. Aber wir wollen sicher eine breite Palette an Online-Produkte anbieten. Nebst unseren herkömmlichen Kanälen, die ebenso wichtig sind, die wir ebenso pflegen, wie beispielsweise das Filialnetze, das Private Banking oder auch das Firmenkundengeschäft. Das ist die Frage, was man darunter versteht, was man darunter versteht.